Traditionelle Festivalwoche des Vereins Tolstoi im Theater in der List. Theatergruppen aus Moskau, Sankt Petersburg, Chelyabingst, Belgrad, Tiflis und Libitz sind zum internationalen Kammertheaterfestival Most nach Hannover gekommen. Die gut besuchten, sogenannten Monostücke, bei denen lediglich eine einzelne darstellende Person zum Einsatz kommt, sind größtenteils in russischer Sprache. Ein Wunsch auf der Wesen stand, gebürtet in Sächter-Turne-Kang. Das Ziel sind die kleinen Kammertheater und wir möchten auch, dass das traditionelle Theater hier überhaupt seine Berechtigung bekommt. Für mich war es extrem wichtig, dass die Zuschauer der Hannover-City die Möglichkeit zu sehen, die besten Schäuze aus der ganzen Welt. Und ich habe diese Entscheidung gemacht. Ich habe es selbst gemacht, weil ich viele verschiedene Festivals, internationale Festivals. Und ich versuche, die besten. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020